Für mehr Lebensqualität. Villa Gaza ist Ihr vom Markt der Wohneigentum in Berner Oberland. Mein Name ist Markus Gerber. Am Unternehmertag von BNI in der Schweiz 2015 habe ich den Preis für den meisten Umsatz in der Schweiz gegeben. Was heisst das eigentlich? Dank der Weiterempfehlungen, die Villa Gaza innerhalb von Chapter 9 oder ausserhalb in anderen Chaptern weitergeben konnte, konnten die Unternehmer einen Umsatz von über 3,4 Millionen Euro generieren. Mehr wurde weiter empfohlen. Ganz klar, dass alle Firmen einen hohen Qualitätsstandard haben. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Unternehmern und Firmen, die zu diesem tollen Resultat beitreten haben. Denn ohne sie, ohne ihren Einsatz wäre so ein Resultat nicht möglich. Danke vielmals. Meetings von Chapter 9 finden jeden Donnerstag um 7 bis um halb neun Uhr in Spietstadt. Wenn ihr Fragen habt oder mal wollt ihr den Coin anschauen, ist das noch gerne zur Verfügung. Übrigens, wenn ihr jemanden kennt, welches sein Haus oder seine Wohnung verkaufen möchte, Villa Gaza für mehr Lebensqualität. Ja. 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 Ja.